In wenigen Sekunden muss das Endspiel beginnen. Mr. Link England gibt seine Abschiedsvorstellung als Schiedsrichter. Noch einmal ein Pulk von Fotografen. Buschkash ist auch fit fürs Endspiel und er gewinnt für Ungarn die Seitenwahl. Deutschland hat Anstoß und der gesamten Fußballwelt klopft ein bisschen das Herz in diesem Augenblick. Die Deutschen tragen den ersten Angriff vor. Und zwar kommt das Leder jetzt hinaus auf die rechte Seite. Morlock ist es. Er versucht zu flanken, schießt aber den Ungarn Lantosch an. Eckstoß von rechts. Das ist schon die erste Möglichkeit. Da kommt die Ecke von Rang getreten herein. Doch sie wird verfehlt von den Ungarn und von den Deutschen. Einer sportet dem Leder nach. Es ist Schäfer. Da ist schön der Butchanski. Kommt vorbei noch an den Hiedekuti. Schießt hinein. Die Ungarn bringen das Leder nicht weg. Und da ist es der Groschitsch. Kommt heraus der Groschitsch und rollt das Leder zum Herrn Abgeordneten. Zum Herrn Poschik. Der Poschik leitet weiter hinüber nach rechts. Aber nichts ist draus geworden. Die Deutschen greifen an. Wieder von den Ungarn abgewehrt. Noch etwas nervös das Spiel. Und da jetzt Hiedekuti geht nach vor. Schon wieder ist es der Turek. Aber Turek auf den kann man sich heute im Endspiel verlassen. Also dramatische Höhepunkte schon in den ersten Minuten. Hier schießt Schibur. Schießt einen an. Und Poschik ist frei. Das ist Tor für Ungarn. 1 zu 0 für die Paprika-Stürmer. Durch Poschik, den Fährens, den Fußballhusaren. Nun geht es weiter. Wir werden mal schauen, ob die Ungarn dieses 1 zu 0 halten können. Oder ob vielleicht... Na, also wir wollen nichts verschreiben. Die Ungarn greifen schon wieder an. Auf der rechten Seite rollt der Angriff. Hier eine Flanke zur Mitte. Von dem Blondschopf Liebrig abgewehrt. Yes, that's now. Yes, that's now. Und da ein missglückter Rückpass von Kohlmeer. Turek kann das Leder nicht halten. Und Schibur. Schibur, das Bach-Händl. Geht nachzwischen. Und Spitzel. Der ist weg. Sie spitzelt hinein. Sie spitzelt hinein. Ich fange schon zum Schotterland. 2 zu 0 für Ungarn. 2 zu 0 für Ungarn. Dann werden die Deutschen wieder so unter die Räder kommen, wie im Achtelfinale. Erst wenige Minuten gespielt. Und eine klare Führung für die Madjaren. Deutschland nimmt den Anstoß vor. Wir werden sehen, was nun kommt. Schon sind die Deutschen wieder vom Ball getränkt. Und da kommt der Gegenstoß nicht, der Ungarn. Nein, im Gegenteil. Die Deutschen lassen nicht locker. Auf der linken Seite kommt das Leder. Und zwar jetzt eine Flanke hinein zur Mitte. Und da ist Moorlock, Moorlock, Moorlock. 2 zu 1. Der Anschlusstreffer ist erzielt. Das müssen wir noch einmal anschauen. Noch einmal, bitte noch einmal sofort das Ganze zurück. Kehrt, marsch, marsch. Noch einmal dasselbe Tor. Wo bleibt es? Alles wartet darauf. In Zeitlupe. Hier ist es. Rahn. Der Ball rollt sich durch, rollt sich durch. Und dann kommt die große Zähe von Moorlock vor dem Groschitsch. Und das Leder hüpft und tänzelt hinein in die linke Ecke. 2 zu 1, aber das habe ich schon gesagt. Nun also, das ist jetzt wieder die Chance für Deutschland. Denn die Deutschen zeigen, dass sie mitspielen. Sie lassen sich nicht entmutigen. Auf der rechten Seite, schönes Dreieckspiel. Wieder kommt der Ball nach vorne. Was wird sein? Hinaus auf rechts außen. Da muss die Flanke kommen. Noch kommt sie nicht, aber der ist ein bisschen gehandicapt durch die Zeitlupe. Jetzt kommt die Flanke, aber beim Groschitsch nicht diesmal. Er wirft sich noch hinein. Er zieht das Leder saugend an sich. Schon geht es weiter. Angriff der Deutschen. Die Deutschen sind ungewöhnlich stark jetzt. Da ein Schuss von Moorlock in die Ecke abgelenkt. Also, Korner von links. Das ist gefährlich. Fritz Walter tritt die Ecke noch einmal hinaus. Und das heißt also Doppelkorner. Es liegt was in der Luft. Es liegt was in der Luft. Da kommt die Ecke. Alle verfehlen sich. Ran, ran, ran. 2 zu 2. Der Ran geht ran. Und das ist das 2 zu 2. Die Ungarn sind verdattert. Hält man sowas für möglich? Nach einer 2 zu 0 Führung hat die deutsche Mannschaft noch die Kraft auszugleichen. Und jetzt, 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 jetzt. Ich hab schon einmal gesagt in diesem Film, Ungarn war am Rande einer Niederlage. Wir werden sehen, was jetzt kommt. Abwehr der Deutschen. Eine Flanke hinüber auf links. Hiedekutti. Hiedekutti. Das ist Glück für Durek. Jetzt, das noch hat der ein Schwein. Von der Stange da bald zurück. Noch einmal die Ungarn. Hiedekutti wieder. Flankt hinüber. Noch einmal auf links. Aber Liebrecht ist da mit seinem Goldkopf. Mit seinem Blondschopf. Schon wieder. Jetzt sehen wir Fritz Walter. Der Regisseur. Der Regisseur spielt ab auf links. Das ist der Schäfer. Nein, der Fritz Walter ist es. Flankt zur Mitte. Und der Groschitsch, er hält ihn sicher, er hält ihn warm. Denn warm.